Muse-Zona. Warum appreciate keiner meinen seltenen Skin? Sind wieder zwei Jacks seltenen Skins im Game? Hallo? Hallo? Turkey, hast du auch ein Item-Build für mich? Sonst gehe ich Heart steal. Du gehst Sunfire bitte, okay? Danke. Kannst Sunfire Frozen Heart gehen, wenn du möchtest. Ah, actually Frozen Heart, zack, dieses Game. Ist dieser Shield-Build mit Unending the Sphere und Eclipse nicht mehr gut? Ich würde keiner nicht empfehlen zu spielen, no. Ist der nicht richtig stark? Weiß ich nicht, hab ich nie selbst gespielt? Ist das so? Also ich hätte den beim A-Z gespielt, der hat sich so strong angefühlt, der Builder. Du warst ja deutlich besser als deine Gegner am A-Z, oder? Also, deutlich besser. Aber das bin ich hier ja auch. Wait, Freddy, du bist 20-0 auf deinem Akkord gegangen. Du bist nicht deutlich besser als deine Gegner. Ja, also weiß ich auch nicht, Freddy. Achso, A-2, A-Z. Ah, weiß ich nicht. Aber ja, der Build soll mir verfeinigen. Geh einfach tankig. Ja, du brauchst, also du brauchst halt für den Build brauchst du auch Domination, ne? Ja, ne, ich geh Sunfire. Ich geh Sunfire, spiel unseren Tank. Kannst du Jug-Show gehen und spill, wie sich Renuins schossen hat. Alles gut bezahlt. I see you, I see you. Gut bezahlt, also. Das dürfen wir wirklich im Early nicht tronen, weil ansonsten, also Ceresona ist später schon disgusting, ne? Aber wir haben sehr viel Backline-Access. MF ist quasi quasi crazy hier. Wenn ich drei, vier Items hab, ist richtig gut. Lol, wie viel Damage hab ich mir gemacht. Warte, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt gerade auch Wreckfest spielen könnte, anstatt Lexcure. Actually true, ich hab auch echt Bock gerade. Du hast doch mal schön den Motor anwerfen, ja. Du hast das nicht gerade gespielt? Du hast es vier Stücke gespielt und er ist nicht gewonnen? Was? Doch, doch, Wreckfest haben wir. Wreckfest haben wir, ja. Das hat Ultrasch-Boss gemacht. Das ist nur unsere halbe Community vom Server bannen, aber danach ging's irgendwann. So true, so true. Jeder, der überhaupt einigermaßen das Lenkrad bewegen konnte, wurde gebannt. Ja, ja. Die Kräfte sind nicht so wirklich, muss ich gestehen. Ich hab sehr langsam gejongert, irgendwie. Verrückt. So bad von mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist tot. Vollzeit Drangle, klar. Da ist Stop-Sight. Ich denke, ich kann win die Star. Oh, sie ist schon da. Wie gesagt sind sie sehr langsam gewesen. Lass uns slow pushen, oder? Ja. Ich denke, wir können die Save-Talz gewinnen. Wenn sie es zu lassen, dann ja. Aber wenn die Geräste gewinnen wir einfach. Klo? Ich glaube die gewinnen die Tutor gegen uns. Nein, nein, nein. Wir machen ja nichts mehr. Ich glaube, wenn du eh machst auf die Serie. Freddy, kannst du move'n? Nein, das ist alles gut. Bleib mit dir. Okay, ich bin dead. Die haben mich beide angeflasht. Ich glaube wir gewinnen. Neff ist ziemlich ass am Anfang. Ich glaube es ist so dagegen. Da war Hass dabei. Auf Level 4 Spike, gleich nach der Wave können wir gerne. Wollt ihr tauchen auf der Wave? Schau mal, die haben Angst. Wollt ihr tauchen gehen? Ja, weil die schlecht sind. Okay, dann lass uns dann. Wenn ich tauchen wollt, mach ich Gromp. Mach Gromp. Next Wave. Talia kann da sein. Dann scout Talia und dann... I'm taking the Gromp. Wenn Talia da nicht ist, können wir nach den Gromp da einfach. Ja. Talia hat keinen Flash. Talia hat keinen Flash. Talia hat keinen Champion. Okay, ich komme. Und Gromp noch fighten vielleicht? Ja, ja. Ab Gromp. Ach Scheiße. Ja, raus, raus, raus. Actually Zona ist squishy Champion. Willst du Welfen werden? Ja, ja. Ich weiß, ja, weiß. Aber wir können noch fighten? Wir können weitergehen. Guck ihr die Wave alleine. Ich glaube es ist dann in ein paar Sekunden. Zwei. Okay. Kein Flash, ne? Kein Flash, ne? Kein Flash, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Weiße. Sind wir noch so Alessandra? Ist playable, denk ich. Haben wir noch einen Spell? Schade. Nice, nice. Okay. Der F kommt. Ich block. Ich block. Ich block. Fighting. Fighting. Good. Nice. Das war so fucking geil in der Welt. Das war so fucking geil in der Welt. Das geklappt hat, ey. Als das geklappt hat, ey. Alessandra ist top defeat. What the fuck? Hier ist raus, hier ist raus. My bad, my bad. Wow, wow, wow. Ja, ist doch hier, äh. Krass, ey. Koreaner oder so, nein. Nein. Oh, okay. Nice movement. Nice. Nice water attack, find ich, ja. Wollen die auch noch killen? Ich hab nix. Summer! Was ist das für movement titan? Weh. Ey, die Alessandra ist quite chunked. Hat die Ulti zufällig? Wissen wir das? Sie waren nicht Level 6. Sie waren nicht Level 6. Sie waren nicht Level 6. Ja. Jetzt mach ich alles. Wir sind in deinem Phase Level 6 geworden, actually. Perp. Ja, danke. Die stand vor dir, als sie level 6 geworden ist. Die Bottle können wir jetzt 60 Minuten lang Raw Doggy nehmen, wenn du möchtest. Oh, dann hat Bucky ein neues Wort gelernt. Ja. Hä? Ich kann nicht kommen, Toplane Karni, wenn ich kurz wollte. Ja, sie killt mich grad. Super. Jetzt keine Ult mehr. Jace war bei mir. Du hast den Jace gesehen, ne? Naja, ich weiß. Wir sind wieder Bs da, Bucky. Machen wir Slow Push. Hat sie ge-eat Karni? Äh, dürfte bald wieder Up sein. Nein. Ich befürchte, sie... Also wenn sie nicht missbleibt, kann ich sie nicht kennen. Nice, hey. Nice, good job. Wipe ist doch super für dich. Der Jace hat voll kratzes Movement, ne? Chinese 1 heißt der. Der kann doch die Kick-Kombo, hä? Was sind das für ein Mechanical-Wonderful? Was ist die Kick-Kombo? Ja, das wird dein Q und dein... Also du machst erst dein Q und dann dein E auf Jace. Gleich, gleich, gleich. Ah, das ist einfacher. Ja, das ist... Also einfach ist es schon, aber damit zu treffen ist es nicht so einfach. Äh... Okay. Vertrau mir doch! Ich finde, man sieht bei Jace, wer ein guter Jace ist wie ein W-Spaced, finde ich. Ist was? Ja, deswegen bin ich der Beste Jace. Das W-Spaced finde ich sehr hart versinnend. Ich schreie gleich. Aber das hätte ich nicht gedacht. Wir waren einfach irgendwie gehen. Ian-Trade. Man, die ist einfach gelane-soft, oder was? Ja. Perfekt. Ja. Ja, die Dessander ist echt nicht so stark. Die hast du. Ja, ja. Farming, farming. Some campy campies. Ich finde den Jace richtig gut, mechanisch. Wird's? Ja, die Fyre-Bots? Ja. Ey, Lissandra ist moving. Lissandra ist moving. Wo auch immer hin. Ey, wir swappen sie zurück, Knäuja. Ja, wir swappen sie zurück. Ja. Ey, wir swappen sie zurück. Ja, der muss basen. Der... Der... ... der... Der war sehr low. Auch kannst du in der Basen, wenn ihr fein seid, Bot. Kannst... Kannst du machen. Aber wir sind fein. Kannst fahren, Tolkien. Genau. Ich kann dann nach Botline wieder rennen, wenn ihr nicht fein seid. Ja, wir sind sehr fein. Dann gehe ich. Top-Seite. Jetzt brauchen wir eine saftigen, saftigen Camps. Ich bin jetzt gleich 6. Wenn du reingehst, haben wir den Kill. Ja, ich fühl einfach einfach auf die Talia. Vielleicht macht die Drake oder so, wenn ich 6 dann... Dann haben wir vorne dashed. 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 Old man with a lamp. Coming through. Fast wieder Bock gehabt, ne? Ja, komm. Du, du, du. Ich bin raus. Knit ist missing, man. Vorsicht. Komm, wir gre... Wir greieren rein hier, denke ich. Ich kann... Ich bin nicht. Müssen wir wirklich reingieren auf der Botline? Okay, das will aber... Ich guck mal kurz bei... Äh, Raptoron vorbei. Wenn sie reingeht, werde ich da. Okay, schade. Jetzt hat er der Topline. Wir versuchen aber wirklich alles, um unseren Sion rauszunehmen, eh. Mental Fortitude. Doesn't happen. Jetzt raus. Ich blab hoch. Bleib. Oh, der JC moved. Well, that's not Opti. Rave crashed. Sie ist in den besten Hotelier als... Echt, das ist jetzt auch nicht soo schwer, aber... Shit. Ich hab sie gestoppt nochmal. Ich bin Level 8 nach Grab. Ich bin zwar über ihr, also ich bin sehr gefarmt, aber... Können wir weiter fighten. Coming, coming. Coming, coming. Yeah, fight ihn. Wenn du E-Ultest... We can dive it. Push, push, push. Das ist auch gut. Dash. Kannst du tanken? Dann kann ich Laster nehmen. Sehr schön. Schöne Sache, Harrys. Der Voidys, Voidys, Voidys. Ich komm weiter. Mit ist wieder... Brauch... Ich muss noch eine Wavefansch... Ich hab natürlich die Goobies eh alleine, ne? Ja, ich kann die Goobies alleine nehmen. Ich komm weiter. Was ist mit dem Bruder Minion los? Was ist mit dem Bruder Minion los? Kein Flash, kein... Ja, das ist ganz... Nice. Schöner Warte auf sich? Ja, ich muss dich... Ich bin da, ich bin da. Ich bin da raus, ich bin da. Wird aber eines spielen? Talia ultet was? Die Gegner war auf Talia, ja. Ich bin da sowas von drin, Jungs. Das ist ja so unbelohnend. Aber gut. I'm sorry. Nee, alles gut. Nice. Was ist denn jetzt los? Okay, Team. Sehr stark. Es tut vielleicht doch weh. Ich nimm's zurück. Aber den TP, den... Den... Den finde ich sehr, sehr gut. Nein, ich gebe euch alles, damit ihr macht... Den soll ich Talia sich vielleicht auch mal anschauen. Den würd ich niemals machen. Nein, der war horrible. Talia tues nicht. Ich hab's jetzt niemals gemacht. Er kann ihn sich anschauen, aber er wird's nicht so geil finden. Aber echt, wenn er noch weiter macht... Ich glaub, ich kann ihn doch sogar... Ich wär gestated, wenn er hinten würde, aber... Ja. Ich gebe jetzt gar nicht. Nee, ich will zu meiner Wave. Oh... Aber wenn die Gegner auf dem Level bleiben, fände ich mega geil. Ja, ich hab mit Tunny vorhin, wenn auch zwei Bot Lanes komplett gestorben, dann haben wir irgendein Booster-Duo bekommen, dann war over. Also das Niveau bleibt leider nicht so. Du musst auch mal selbst das Booster-Duo sein. Ja. Ja. What? Are they doing the Drake? They might be doing the Drake. Yes, yes, yes. So, und wo kommt der Akzent jetzt plötzlich her? Wir contesting the Drake. Bitte kein Action-Shaming. Danke. Contesting? Die haben wir abgebrochen. Ja. Ist unser Drake? Ja, ja, ist unser Drake. Ich gehe bloß ganz kurz. Ich sag, die Skripten alle, die Gegner. Ja. Die Bot Lanes zählt. Der Niveau ist auch ab, ne? Ja, ich krieg gleich einen Van. Das ist der erste Drake, das ist eigentlich fucking useless zu nehmen jetzt noch. Über die sechs Voidies ausnutzen für Platten, wenn es geht. Das ist dann der Kartoffel-Move in der Vorsicht, Kani. Mhm. Ist echt schade. Nee, nee, nee. Die werden nicht top. Okay. Wenn die im Jungle nicht fort ist, können wir dive auf diese Weg. Ja. Ich scoute. Ja, ich komm auch, ich komm auch. Ich glaub, die sind einfach weg, oder nicht? Die sind weg, glaube ich. Wollen wir vielleicht Welfe entwenden? Was machen die, wenn die hier sind? Wo sind alle? Die sind im Basic Gang. Die sind im Angst. Sind die auf K? Ja. Da steht alle Camps hinter. Die sind da im Respekt ab. Ja, aber Talia hat ja was protesten sollen. Entweder top oder bot side. Hier? Oh, Talia hat vielleicht Rage gefehlt. Ja. Oh nein. Die Competitive Security der Wind Challenge. Das ist nüchig, ne? Wir sind nüchig dann. Wir sind nüchig dann. Ich guess wir haben Vault, glaube ich. Das Pusher. Nein! Ich glaub das ist ziemlich sehr auf K? Ich glaub das ist ziemlich sehr auf K. Ja mal kann du? Don't look top, don't look top, don't look top. Ich hab enemy TP fast. Talia ist ziemlich sehr auf K. Ja, ja. Bord den enden. Bord den enden, bot den enden, bot den enden, bot den enden. Nein. Er könnte enden unten. Oh, das ist das schöne Leben in der Midland. Ja, das ist wirklich, das ist so cool. Ja, ja, wirklich. Das ist das gute Leben. Ja, ja, 0-3-1. Das macht so Spaß, dieses unbeschwerte Leben. Ich hätte auch keinen Brav-Top-Lane, honestly. Na, es ist Arsch-Harpass. Top-Lane ist so cool. Top-Lane ist die worst role im Game, for sure. Ja, ja. Fass. Vor allem, wenn du clueless bist. Vor allem, wenn du clueless bist. Aber gut, die meisten Top-Lane sind eigentlich clueless. Das stimmt, ja. Das ist, was ich im A-B-Z-Z überhaupt nicht feiere. Aber wenn du irgendwo so ein Stat-Check-Champion hast, gegen einen anderen Stat-Check-Champion hast, dann hast du einfach die Grenzen nicht kennst. Ja, ja, ja. Übertrieben, ass. Warte, irgendeinen Top-Laner habe ich gespielt. Der hätte legit Level 1 gegen Darius gewonnen, hat mir mein Chat danach gesagt. Welcher? Ogart wahrscheinlich, oder so? Ogart verliert. Wer war jetzt das? Wer gewinnt denn? Er löst doch einfach aus, Folkir, ne? Ne, ich will nicht mal, was Kranis zu sagen hat, ehrlich gesagt. Ne, ne, es war irgendwas. Fuck, Chat, was war... Das wird sich, wenn andere Leute, der Top-Lane-Flame, nicht einfach zuhören kann. Finde ich lustig. Erzähl weiter, erzähl weiter. Das war nicht Morde, Kaiser. Trundl? Was? Trundl? Trundl könnte... Olaf, es war Olaf, es war Olaf. I think... Und dann habe ich ihn... Ja, geh weiter. Und dann habe ich ihn Level 3, glaube ich, all-in. Und es war so beyond easy, dass ich mich richtig geschämt habe, dass ich es davor so scared gespielt habe. Es war Olaf, es war Olaf, actually. Ja, ja, ja. Level 1 ist nicht Level 3. Na, 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 na. Also Level 1, I don't think Olaf wins Level 1, honestly. War mit W oder mit was? Mit Q? Ne, mit Q. Weiß es nicht. Ich spiel bei der Champions League. Glaub nicht so gewinnst. Olaf ist aber richtig gut aktuell, ne? Ja, safe, safe, safe. Aber wenn Davos, wenn Davos wehste hat und schnell Verblutung hat, ist halt schon nicht einfach. Aber weißt du eigentlich, wer aktuell der beste Top-Later im Spiel ist? Das ist Sturgeon. Kamil wieder. Jace ist actually gut. Also ich spiele, ich habe Kamil so viele Games gespielt. Ich glaube Kamil, oder? Wenn du so fragst. Ja. Ist auch wirklich für sich so OP nach dem 14-7-Bach. Kamil, Kamil wurde so overwacht. Es wurde so overwacht, ja. Ist richtig broken. Warum kommt jetzt ihr eigentlich alle das erste Mal in diesem Game Top-Lane? Ich habe vorhin schon mal mit dir gedivet, Kani, und gegangt. Okay, okay, du bist... Ja, ja, dich nehme ich raus. Okay, okay. Aber Lissandra war mehr Top-Lane als bei Freddy. Und wer hat das Spiel gemacht? Äh? Ja, ich. Ja, genau. Top-Cap. Das ist lustig, weil Kamil gerade. Sorry, was soll ich sagen? Das ist ein Leak-Partner, der chattet mit Trash-Talk in all Chats in 4 gegen 5 Minuten. Hast du Top-Gap geschrieben? Oh mein Gott. Oh Gott, er hat XT-Gönnung geschrieben. Nein! Der Arme, der Arme, du bist so toxisch. Oh nein! So toxisch, Mann. So ein Hund, Kani. Du kannst doch nicht so einen schlechten Ruf machen für die Gruppe hier. So, ich call Uno fürs letzte Game. Let's get it.